Gegen alle Mauern. Unangepasste Jugendliche in der DDR. Ein Podcast der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Das ist die fünfte Folge des Podcasts. Ich bin Martin Becker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Erziehung, Diktatur oder doch eher Erziehungsdiktatur, so auch der Titel der heutigen Ausgabe. Hört man den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu, dann wird eins schnell klar. So richtig die Wahl hatte man nicht in Sachen Bildung. Zumindest nicht, wenn man widersprach. Josefine Kessling, Johanna Kalex, Bernd Stracke, Jürgen Gutjahr und Volker Widersberg berichten von ihren Erfahrungen mit dem Bildungssystem der DDR. Und die waren für einen jungen Menschen nicht besonders ermutigend. Zusammengestellt hat diese Folge Johannes Romeike. Fleißige Werktätige, geniale Ingenieure, überzeugte Genossen, Eliten, die den Arbeiter- und Bauernstaat in eine neue, glorreiche Zukunft führen. Das sind die Ansprüche der DDR-Führung an die Jugend im Lande. Folgerichtig ist die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit das Hauptziel der Bildung. Wie in fast allen totalitären Staaten pflegt auch die DDR einen wahrhaften Kinder- und Jugendkult. Kindheit und Jugend, wo der Mensch noch erziehbar ist, wo man ihn prägen kann, wo man ihn in dem sozialistischen Sinne erziehen kann. Das war Teil der Ideologie, die Erziehbarkeit des Menschen. Sagt Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums Berlin. Insofern wurde Erziehung, Ausbildung, Schule, auch die Universitäten und Hochschulen und Hoch- und Fachschulen immer sehr, sehr wichtig genommen. Die standen immer unter besonderer Obhut der politischen Obrigkeit, des politischen Systems. Und man legte großen Wert darauf. Kinderkrippe, Kindergarten, polytechnische Oberschule, erweiterte Oberschule oder Ausbildung und Berufsleben. Wie eine gut geölte Maschine soll das Bildungssystem den sozialistischen Menschen produzieren. Man kann ja bei der DDR schon von einer Erziehungsdiktatur sprechen. Und die Möglichkeiten, wo der Staat eingegriffen hat in die Biografie der Menschen, hatte einmal mit der Erziehung zu tun. Also es ging im Kindergarten los, es gab Erziehungsprogramme im Kindergarten, wo deutlicher ein Freund-Feind definiert worden ist. Sagt Dr. Peter Wurschi. Er wurde 1975 in Suhl geboren und ist heute Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thüringen. Kindheit in der DDR hieß auch, dass man eingebunden war in ein System aus Institutionen, die parallel zur Schule existierten. Offiziell war die Mitgliedschaft bei den Jung- und später Tellmann-Pionieren und dann der FDJ zwar freiwillig, doch wer sie verweigerte, musste mit Folgen rechnen. Aber das hat natürlich Auswirkungen gehabt für die Biografie. Und das waren Möglichkeiten des Staates sozusagen relativ konkret auf die Entwicklung der Biografien einzugreifen. Auf der anderen Seite wurde konformes Verhalten belohnt. Und das war der Deal. Also du verhältst dich ruhig und konform. Dafür bekommst du die Möglichkeit, einen Beruf zu erwerben, beziehungsweise dich ausbilden zu lassen, der möglicherweise mehr in deinem Interesse ist. Doch wie erging es den Jugendlichen, die sich nicht anpassen wollten oder konnten, die gar offen gegen das System aufgetreten sind? Anzuecken war schließlich einfach in einem System, in dem jede Form von Anderssein misstrauisch beäugt wurde. Als ich dann noch in eine Schule ging, wo ich so 15, 16 war, da wurden dann zum Teil lange Haare verboten, es wurden Jeans verboten. Oder das war in jeder Schule so ein bisschen anders, je nachdem, wie hardcore der Direktor drauf war. Wenn da so ein richtiger Kommunist wird, dann hat er alles verboten. Erinnert sich Bernd Stracke an seine Schulzeit. Auch Josefine Kessling fiel in ihrer Klasse auf. Stein des Anstoßes war bei ihr eine Kreuzkette. Also er signalisierte mir, dass das überhaupt nicht erwünscht ist, dass ich diese Kreuzkette trage. Und da ging es los. Also der Direktor verbot mir, diese Kreuzkette zu tragen. Und das war die erste ganz bewusste Entscheidung, die ich dagegen getroffen habe. Ich habe die nicht abgelegt. Ich habe aber am nächsten Tag und auch die folgenden Tage die Kette unter dem T-Shirt, unter dem Kleid getragen. Also ich habe sie nicht mehr offen demonstrativ gezeigt. Aber ich habe, indem sie sich am Stoff abzeichnete, auch gezeigt, dass ich mir das nicht verbieten lasse. Und auch in der DDR konnte ein Lehrer zu einer Schülerin nicht sagen, was hast du da unter dem T-Shirt? Also sie konnten da nicht wirklich was gegen tun. Im Unterrichtsfach Staatsbürgerkunde sollten die Schüler und Schülerinnen der DDR auf offizielle Staatslinie eingeschworen werden. Allerdings gingen die Lehrinhalte und die Lebensrealität der Jugendlichen oft so weit auseinander, dass es schwer fiel, diesen Schulstoff ernst zu nehmen. Es gab eben dann auch dieses Fach Staatsbürgerkunde. Das war komplett Brainwashing. Also es ging einfach darum, man versuchte mit Wiegen und Brechen sozialistische Persönlichkeiten heranzuzüchten. Erinnert sich Jürgen Gutjahr aus Leipzig. Und Chris Lopatter ergänzt. Aber dabei wurde ja auch mal noch überprüft, wie die Leute eigentlich denken und ob sie hinter der Sache stehen und so. Und wir hatten einen Staatsbürgerkunde, der hatte dann den Spitznamen bei uns Nazimeyer. Und ich meine, ein Staatsbürgerkunde, der Nazimeyer genannt wird, da denke ich immer, dann ist richtig was falsch gelaufen. Und auch Josefine folgt dem zweifelhaften Unterrichtsfach nicht wie geplant. Staatsbürgerkunde hieß das, glaube ich, wo wir erklärt bekommen haben, warum wir die Tollsten und die Besten sind und der Westen sowieso untergeht. Da habe ich gefragt, wenn uns die Mauer vom kapitalistischen Imperialismus schützt, ob sie dann baulich nicht eine Fehlplanung ist, weil sie nach innen gebogen ist, oben mit dem Stacheldraht. Sie müsste doch nach außen gebogen sein, wenn sie uns vor denen schützt. Das sind lauter so Sachen, da fand ich mich unglaublich cool. Was viele Schüler und Schülerinnen erst später merkten, unangepasstes Verhalten konnte zum Teil dramatische Konsequenzen für die eigene Biografie haben. Wobei es oft nicht absehbar war, ob und wie kritisches Verhalten sanktioniert wurde. Und dann kam es darauf an, auf wen man in seinem Lebensumkreis gestoßen ist. Also war der Lehrer ein starker, also ein rotlichtbestrahlter Kommunist oder Sozialist, der alles, was aus dem Westen kam, sofort als Angriff auch auf seine Person wahrgenommen hat? Oder hatte man einen Lehrer, der das entspannter gesehen hat? Erklärt Dr. Peter Wurschi. Und in dieser Mikroebene der Akteure hat sich dann herausgefiltert, wie man mit seiner Biografie oder mit seinen Vorhaben in der DDR vorangekommen ist. Also der gleiche Tatbestand, was weiß ich, sie waren Stones-Fans oder Beatles-Fan oder irgendwie Punker dann in den 80er Jahren, konnte an unterschiedlichen Schulen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Nämlich einmal stillschweigende Duldung oder aber absolute Auseinandersetzung und Repression bis hin zur Relegation aus der Schule. Der Abschluss der erweiterten Oberschule, kurz EOS, ist mit dem heutigen Abitur vergleichbar. Allerdings ist der Zugang zu diesem Abschluss im Rahmen des DDR-Bildungssystems streng reglementiert. Hervorragende Schulnoten sind nur ein Teil der Zulassungsvoraussetzungen. Wenn ich die Kreuzkette nicht mehr getragen hätte, wenn ich diese Fragen nicht gestellt hätte und, 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 dann wäre ich wahrscheinlich sehr sicher aufs Gymnasium gekommen. Da ich mich aber anders verhalten habe, war das die erste Möglichkeit, die sie hatten, mir zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Das war was, wo sie mich wirklich getroffen haben. Da war ich entsetzt. Also ich hätte schon gerne studiert, was meine Interessen waren, war so lange Zeit Kunstgeschichte oder auch sprachwissenschaftliche Bereiche, Richtungen. Und als klar war, dass ich nicht Abitur machen werde, sondern dass ich mir nach der 10. Klasse eine Lehre suchen muss, hätte ich schon gerne auch was anderes gelernt als Fliesenleger. Vor allem für Jugendliche, die mit abweichenden Meinungen oder Handlungen aufgefallen sind, endet der gewünschte Bildungsweg. Mehr noch, trotz schlechterer Zensuren werden auf einmal Mitschüler zur erweiterten Oberschule zugelassen. Diese gläserne Decke des Bildungswegs hatte viele Gründe, erklärt Dr. Stefan Wolle. Und da muss man sich jetzt immer klar machen, dass es sehr, sehr viel weniger damals das Abitur machen konnten als heute. Also faktisch waren es 10 Prozent etwa von den Schülern, die aus einer Klasse zur Oberschule genommen wurden. Da spielte Leistung eine große Rolle. Da spielte gesellschaftliche Aktivität eine Rolle. Das war Mitgliedschaft bei den Jungen Pionieren. In der FDJ-Jugend war ja Teilnahme an Pionierveranstaltungen, sportliche Aktivitäten, die wurden ganz hoch gehalten. Es ging auch sehr stark um die politische Einbindung der Eltern ins System der DDR. Also natürlich waren die bevorzugt, deren Eltern irgendwie im Apparat tätig waren oder bei den bewaffneten Organen, das heißt Armee, Polizei und Staatssicherheit. Hat man nie so richtig zugeben wollen, aber es war natürlich so, formal wurden Arbeiterkinder bevorzugt oder Arbeiter- und Bauernkinder bei diesen Auswahlkriterien. Man muss sich das so vorstellen, im Klassenbuch gab es immer A für Arbeiter und I für Intelligenz. Und die Arbeiter sollten gefordert werden, aber alle Kinder, wie gesagt, von diesen benannten Gruppen hatten das Kennzeichen A und fielen dann unter diese Förderung. So wurde das gedeichselt, nie offen zugegeben, aber praktisch war das dann eben doch so, dass die Oberschicht sich aus sich selbst rekrutierte. Ein System also, das durch seine Intransparenz wie geschaffen dafür war, unliebsamen Jugendlichen den gesellschaftlichen Aufstieg zu verwehren. Also eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. Es ist gut, dass ich es nicht gemacht habe. Was mich auch interessiert hätte, wäre Archäologie gewesen. Ich wäre gerne Bildhauerin geworden. Ich weiß nicht so richtig alles, was so in diese künstlerische Richtung geht. Für Josefine Kessling löste sich ihre Zukunftsplanung sprichwörtlich im Vorbeigehen auf. Und dann war ich in der Schulspeisung, also wo wir Mittagessen bekamen in der Schule. Und meine Lehrerin kam mit ihrem Tablett mir entgegen, ich wollte meins wegbringen. Und sie lief an mir vorbei und sagte, ach übrigens Josefine, das wird nichts mit dem Gymnasium. Es waren angeblich nur drei Plätze frei und ein Mädchen aus meiner Klasse, die deutlich schlechter in den Noten war, aber ihre Eltern waren beide Parteimitglieder, ging aufs Gymnasium. Und die kam nach drei Monaten zurück, weil sie überhaupt nicht in der Lage war, so einen Schulstoff zu schaffen. Und dann bin ich zum Direktor gegangen und habe gesagt, ja, jetzt ist ja der Platz wieder frei. Und dann hat der Direktor rumgeehrt und hat gesagt, ja, nee, das könnte ich jetzt nicht mehr aufholen. Und so, es war lauter blödes Zeug. Und da habe ich dann wirklich letztendlich begriffen, dass es überhaupt nicht um was anderes ging, außer mir zu zeigen, wer den längeren Arm hat. Lange sucht Josefine eine passende Leerstelle und landet letztendlich in einer Porzellanfabrik. Ich wollte das nicht. Aber es war eben auch so, meine Mutter klassisch, Josefine, Kind, du musst doch einen Beruf erlernen und, und, und. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das und versuche dann über dieses Porzellan weiterzukommen, vielleicht an der Burg Gibichenstein in Halle in ein Kunststudium machen zu dürfen. Da in der DDR ein ständiger Mangel an Lehrern herrscht, sind hier die Zulassungsbeschränkungen weniger restriktiv. Johanna Kalix beginnt 1981 ihr Studium zur Unterstufenlehrerin. Ich wollte Lehrerin werden und hatte den Platz auch bekommen. Und dann kam natürlich auch dort wieder die vormilitärische Ausbildung klein in der ersten oder in der zweiten Woche oder so, als wir dort waren. Und außerdem habe ich den Wechsel von Schule zum Studium genutzt, um aus der FDJ auszutreten. Also bin da praktisch als Nicht-FDJlerin zum Studium erschienen und habe auch gleich gesagt, dass ich auch als zukünftige Sportlehrerin weder schießen noch Handgranaten werfen werde. Und außerdem bin ich mal barfuß gegangen, weil ich inzwischen Freunde gefunden habe, die Hippies waren. Und dann habe ich mich auch so angezogen, wie Hippies halt angezogen sind, mit langen Röcken und Stirnband und ganz vielen verschiedenen Schmuck und eben ohne Schuhe. Und das ging alles gar nicht. Ich habe es also geschafft, innerhalb von den ersten vier Wochen im Studium sechs, das mit einer Aufmerksamkeit zu kriegen und dann rauszufliegen. Und das war es. Aus der angehenden Unterstufenlehrerin wurde so eine Putzhilfe. Später beginnt Johanna Kalix eine Ausbildung zur Krankenschwester. Wenn man sich den Massenorganisationen für Jugendliche verweigert, wenn man nicht in die FDJ gegangen ist, wenn man nicht Jugendweihe gemacht hat, wenn man eher kirchlich engagiert war, beispielsweise in der jungen Gemeinde, dann ist einem eben oft das Studium verwehrt worden. Berichtet Dr. Jochen Feuth, Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt. Und dann hat man sich plötzlich in Berufen wiedergefunden, mit denen man so gar nichts am Hut hatte. Also eine Zwangsproletarisierung ist da quasi versucht worden, was für viele Menschen sehr unangenehm war. Der aus einem christlichen Elternhaus stammende Volker Widersberg lehnt die Teilnahme an einem Wehrlager ab. Als Konsequenz wird ihm das Abitur verwehrt und er begibt sich auf die Suche nach einer Lehrstelle. Lehrstellen waren ja auch teilweise nicht so ganz einfach zu finden und zu haben, auch in Berufen, die begehrt waren, wie Tischler oder Zimmermann. Das hätte ich mir gut vorstellen können, also mit Holz zu arbeiten. Handwerklich schon, das wollte ich schon, hatte ich auch Lust drauf. Aber da fehlte auch, also einfach mir die Erfahrung, da war ich auch zu jung zu, da fehlte mir der Mut. Und mein Vater hatte irgendwie versucht, da irgendwie mir eine Lehre einfach zu besorgen. Und das hat irgendwie auf einig geklappt mit dem Fliesenäger. War nicht wirklich mein Traumberuf. Aber letztlich, diese zwei Jahre Lehre waren im Endeffekt sehr gut. Ich habe dort natürlich von den Grundlagen des Handwerkerseins ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Und werde das nie bereuen, als ich das getan habe. Nüchtern betrachtet ist ein Handwerksberuf, gerade in der DDR, eine gute Wahl. Der Jugendforscher und Soziologe Bernd Lindner sagt, Die haben mal durchgerechnet, dass wenn einer in der achten Klasse, also nicht mal den Abschluss der Polytechnischen Oberschule, abgeht und Fluchtmauerler, das heißt, der durfte nur gerade Streckenmauern und nicht die Ecken. Und dann am Wochenende auf private Baustellen ging. Der hatte gegenüber einem, der Abitur gemacht hat, drei Jahre mehr, dann vier Jahre Studium und dann mit 450, 550 Mark der DDR anfing zu arbeiten. Der hatte einen so langen Verdienstvorlauf, das hätte der Ingenieur sein Leben lang nicht wieder reingeholt. Was die zwischendurch schon an Geld eingenommen haben, der Handwerker hatte goldenen Boden, auch in der DDR. Und das sprach sie natürlich rum. Und dann sagten sich viele Leute, das blut dich. Oder der Vater, du willst Abitur machen, du bist doch blöd, Junge. Dann wäre der Handwerker. Die Erziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten war das erklärte Ziel des DDR-Bildungssystems. Die wenigsten, die es durchlaufen haben, würden sich heute so definieren. Und ganz sicher nicht diejenigen, die aus der staatlich verordneten Konformität der Ostjugend ausgebrochen sind. Viele von ihnen haben den staatlichen Repressionen zum Trotz ihren Traum einer selbstbestimmten Jugend gelebt. Josefine Kessling, Johanna Kalex, Bernd Stracke, Jürgen Gutjahr und Volker Widersberg über rigide Erziehungsmethoden und fehlende Chancen während ihrer Jugend im Bildungssystem der DDR. Auch beim nächsten Mal hört ihr eine Folge, die sich mit der Bildung junger Menschen beschäftigt. Nur dann aus etwas anderer Perspektive. Es geht um Krieg, Frieden und Verweigerung. Also dieser Widerspruch in der DDR zwischen sogenannter Friedenserziehung und einem extremen an Militärdasein im Alltag, also selbst im Spielwarenladen, diese Spielzeugpanzer, die Spielzeugsoldaten und alles Mögliche. Also das ist überall gewesen. Dann später natürlich auch in der Schule Wehrerziehung und so weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer eben die Ideologisierung klassischer Unterrichtsfächer, also wie Mathematik. Es ist ja schon kurios, dass in einem Mathebuch 158 Aufgaben militärischer Natur sind. Erzählt Frank Ebert, einer der Zeitzeugen in der kommenden Folge. Das war's für heute. Ihr hörtet, gegen alle Mauern, unangepasste Jugendliche in der DDR. Eine Produktion von Musealis im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Für den Inhalt war diesmal Johannes Romeike zuständig. An der Technik saß Friedhelm Mund. Erzählerin war Johanna Geisler. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, so erreicht ihr uns unter büro-at-bundesstiftung-aufarbeitung.de. Ich bin Martin Becker. Macht's gut!